Servus Büros und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute testet man hier die Triple Deck von Explored Neuheit 2020-21 und ja dann würde ich sagen schauen wir uns jetzt mal die Daten dazu an. Ja hier seht man die Triple Deck hat 25 Schuss. Ja wie ich finde werden sie sehr langsam rausgeschossen aber dafür sind halt die einzelnen Schüsse sehr kraftvoll aber das sieht man dann später am Test. Und wir haben eine Effektdauer von 23 Sekunden und eine Steighöhe haben wir von 30 Metern. Und die Triple Deck von Explored besitzt 500 Gramm NEM. So dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Test der Triple Deck von Explored Neuheit 2020. kommst du öfter quitt? Scheuer sie? Kommst du öfter gaufst, kommst du öfters. Kommst du öfters! Kommst du räumst, ja die Schlagnose ist krank! Kommst du öfters! Ja, wir sind schon mal der Schlagnose ist.